so wir sind hier gerade bei among us bei marco godi godzilla und ein bisschen spät angefangen aber ich hole mir jetzt erstmal eine quest ja ziemlich nice game ich habe zwei mal bisher gespielt ist meine quest sind weg alle schon weg das verstehe ich noch nicht dass man hier komplett die quest irgendwie machen das verstehe ich jetzt auch gerade nicht was wir machen so das ist das warte mal hier wie geht das a3 let's go ok wow das war schon genau ja war bestimmt nice dieses diese map hier ist mega klein ja das habe ich auch gerade gesehen ich wollte auch gerade drücken aber wir waren glaube ich zu dritt oder zu viert auf dem weg nach oben ja oder einer ist durch event geschoben das hat man noch gesehen oder wer es war konnte leider nicht sehen ja ja aber ich war die ganze zeit schon oben ich war unten ganz unten ich habe meine tasse oben gemacht elektrische hergestellt dann diese sortieren und das zusammenbauen von den kristallen ist das dann eben gerade mitten in unserem pult passiert oder lag da schon jemand Spannend. Spannend heißt er. Spannend. Ja, dann viel Spaß beim Verlieren. Was? Wer war denn das noch? Wimax! Danke Wim. So, ich muss jetzt mal ein bisschen auf die Quests achten. Ich habe einen Romario theoretisch im Gefühl. Ach so, hier ist die Quest hier unten. Ich weiß immer nicht, wo die Quests sind. Ach, das ist das Kabel. Ah, einen Moment, das geht so. Aha, Mario hinter mir. Letzt mal schnell zu Reaktor gehen hier. Ah, Rudi heißt da. Wimax, alle hier. Hallo, welchen Boss da? Ich muss auch eine Quest machen. Das Ding muss ich auch machen. Äh, was müssen wir hier machen? Ein, zwei, drei. Die Quest habe ich noch nie beendet, sorry. Hallo, Sepp. Don't kill me, please. Äh, alle. So, wir gucken nochmal, ob irgendwas passiert ist. Sepp und Neo, maybe. Ah, ja. Also, ich habe im Reaktor Sepp gefunden. Und, äh, der lag da auf der rechten Seite. Dead. Und ich muss sagen, ich bin extra zurückgegangen, weil ich habe nur noch Sepp und Neo im Reaktor gefunden. Und als ich wieder hochkam, also ich war in der Dekontamination einmal unten, die Tür war oben, war zugeblieben. Ich bin wieder hochgegangen und da war Sepp dann tot. Und Neo habe ich nicht gesehen in dem Zeitraum, wo ich Sepp gefunden habe. Also, naja, ich bin Dekontamination dann halt auf die rechte Seite, also nicht links zu den Tasks. Bin mehr auf die rechte Seite und im hinteren Bereich lag dann die Leiche. Also, Neo kann natürlich links gestanden haben. Das kann ich nicht wissen, habe ich nicht geguckt. Ah. Also, jetzt liegen wir unten, direkt vor der Schleuse, hast du nochmal rechte zurückgegangen. Das war, das ist jetzt noch vor, jetzt zur Auftrag. Den habe ich gemacht. Die Nucke war auch noch da. Die Nucke ist aber dann wieder zurückgegangen. Die sind jetzt locker hochgegangen, also rechts raus, kamen nochmal zurück, glaube ich, und ist in Richtung der Schleuse nochmal hochgegangen. Und wir machen jetzt auch zurück. Äh, nee, ich bin nicht Richtung Schleuse hochgegangen. Ich bin, äh, unten. Ach, sag schnell, der, unten rechts der Raum, wenn du, ist das Beltband, ne, ist das Beltband? Stimmt sich das auch nicht so lange gegangen da? Rechts, da. Nee, links neben der Cafeteria, wo du von der anderen Seite reingehst. Also, Neo und Nucke sind beide verdächtig für euch jetzt raus. Würde ich auch sagen. Also, Nucke kann ich nicht sagen, weiß ich nicht, von mir wäre es nur Neo von meiner Seite her. Hey, stimmt, du hast einen Kommunikationskonferenz. Oder, ja, irgendwo hab ich da... Direkt im ersten Gang, gleich rechts über dem Weg. Also, wählen wir nur Neo raus oder was? Ja. Ja, stimmt, ja. Ich sag ja. Ich hab dir grad nicht von Neo gar nichts gesagt dazu. Also, gemutet ist dann. Bin ich gemutet? Ja, super, geil, falsche Tasse gedrückt. Ich hab gesagt die ganze Zeit, ich war im Reaktorraum und hab einen Download gemacht, aber alles klar. ist natürlich doof. Ja, keine Ahnung, ob ich sie jetzt reingeritten hab. Äh, aber das Ding war halt, ich hab sie halt wirklich gesehen. Ich hab ja noch gesagt, Septon, kill me please. Und, ähm, was ist passiert? Was ist das? Das müssen wir hier machen. Ach so, die ist nett, die Quest. Was ist das? Ah. Licht angemacht. Hahahaha. Hab ich doch gleich gemacht, ey. So, Gordi. Äh, manchmal versteh ich die Quest nicht so. Marco, Wimax. Die haben doch gar nichts gesagt, die beiden, ne? In der Theorie ist es... Hm? Hat der einer geredet? Gordi mute. Ich muss gleich oben die Kabel machen. Marco heißt da unten entgegen gekommen. Oben jetzt kommt der Rot D. Okay. Muss ich hin? Ah, ich muss da hoch. Das Greenhouse. Ah, okay. Also, manchmal finde ich die Steuerung ein bisschen... Abgehackt, aber... Das Ding ist, ihr habt Neo vermutet. Die könnten natürlich... Hätten auch sagen können, dass ich das bin. Ich hab's ja auch reportet, ne? So, safe report. Ah! Bin ich reingekommen? Jetzt bin ich verdächtig. Muss halt die Quests fertig machen. Oh, das... Uuh, der... Ruhl du dein Ernst? Was Fünf? Ist das echt dein Ernst? Und du rennst oben rechts hin, killst und gehst dann links zum Schalter rüber und... Hä? Oder willst du sagen, du hast die Leiche nicht gesehen? Anni? Hast du Mucke gesehen? Da hinter mir sieht man... Ne, Mucke. Mucke ist mir schon mit Gotti mitgelaufen. Ich war unten auf dem Weg zum Reaktor und vor mir ist, ich glaube, Vimex durch den Dekontaminationsdingenskirchen durch. Deswegen habe ich vor der Tür gestanden und musste warten. Ich war der Allerletzte. Ich war der Allerletzte. Ich war mit, ey, ich war gar nicht in der Nähe vom Reaktor. Anni war ein Reaktor und auch Wer war ein Reaktor. Ich war ein Reaktor und du bist vor mir rechts an den Schalter gegangen und die Leiche lief und bist dann wieder umgedreht. Also ich habe die Leiche aber erst gesehen, als du mir entgegen kam. Deswegen kannst du das gewesen sein oder du bist blind. Also ich bin nach euch dreien in den Reaktor. Ich habe mehr verleichtert. Irgendeiner ist vor mir durch dieses Dekontaminationsdingens durch. Ich stimme für Nucke, weil Nucke war mit Gotti unterwegs. Ja, dann viel Spaß. Sie war nicht mit in Richtung ... Also nein, wenn Nucke nicht da war, dann muss sie hinter mir gewesen sein und mich gesehen haben. Weil ich bin definitiv hinter der ersten Traube hinterher und bin nicht reingekommen, weil ich zu spät gedrückt habe. Also, dann war Nucke hinter mir. Hast du ein Haustier? Hanni, hast du ein Haustier? Weiß ich nicht. Nee, ich habe keinen, sorry. Irgendeiner mit Haustier ist vor mir reingeraten. Ich weiß nicht. Ja, also keine Ahnung. Ich habe keinen Verdacht außer Heister und Rudi, weil das die einzigen waren, die an der Leiche anscheinend in der Nähe waren. Ich wollte gerade um die ... Ich war auch im Reaktor. Ich wollte gerade diese Quests ummachen. Also, irgendwie ... Ich weiß auch nicht. Naja. Heister, du bist gerade sehr verdächtig. Erst hat Heister Rudi verdächtigt? Ja. Und jetzt Nucke, oder was? Ich habe nur rumgedreht. Ich habe nur hingeschaut. Ich habe nur noch gesehen. Naja, ich weiß nicht. Aber ich skipp auf jeden Fall. Ich skipp. Er ist mit mir direkt durch die Dekon durch. Und ich glaube, dass die Leute, die sind Nucke da unterwegs, dann noch vor uns da gewesen sein müssen. Und dann haben sie auch den Kill machen können. Heister und Rudi mega verdächtig. Mega verdächtig. Ich muss mal eine Quest fertig machen. Pass auf, Heister rennt mir hinterher. Wie komme ich denn hier hin? Kabel, Alter. Ich komme halt hier nicht mehr raus. Total task complete. Was muss ich denn noch machen? Haben wir nicht gewonnen, wenn die ... Ah ne, wir müssen ... Ne, die ... Geht darum, die Imposter, ne, zu schlagen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man selber auch gewinnen kann, wenn man alle Tasksfeld machen und die Imposter nicht killen. Das weiß ich nicht. Oh, jetzt kommt Rudi. Jetzt hat er mich gleich. Jetzt hat er mich gleich. Heister. Man. Kann ich denn ... Im Matchens, die kann ich nur bei Admin machen, glaube ich. Die warten nur, dass ich rauskomme wahrscheinlich. Ich bin ein bisschen vorsichtig. Ich habe jetzt keinen Plan. Rudi wartet auf mich. Alter. Einer von euch ist es, ihr beiden. Hahaha. Oh, Vimax. Ah, ist es doch Vimax, seid ihr? Dann ist es wahrscheinlich doch Vimax und Nucke. Oh, Leute, ihr müsst mich finden, Boys. Ey, keine Ahnung. Aber Vimax hätte ... Ich hätte von allen ... Hätte ich Vimax nicht getippt. Sheesh. Aber ich weiß nicht, was ich noch ... Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe alles gemacht, was ich machen kann. ... Finish your task to win? Ich habe ... Welche Task? Ich weiß nicht, welche Task ich machen wollte. Es war Neo, Mann. Oh, mein Mann. Oh, mein Mann. Wo lag Nucke? Nucke, Nucke lag direkt. Ey, Vimax, krass. Hast du gut gemacht. Mann, ey, die ganze Zeit rennt mir heiß dann Rudi hinterher und ich denke, einer von beiden ist es. Und dann denke ich, oh geil, Vimax kommt. Und dann bin ich geschlachtet, Mann, das gibt's doch nicht. Ja, und ich hab die ganze Zeit schön sabotiert. Immer wenn ein Button frei war, hab ich zum Prinzip eine Sabotage gemacht. Hab gehofft, dass irgendeiner alleine hinläuft, damit Vimax hingehen kann. Die letzten Alarmen ganz alleine gefixt. Ja. Ey, Mist, Mann. Ich bin die ganze Zeit mit Rudi mitgelaufen, weil Rudi war nicht der Einzige, der mich in Verdacht hat. Also, dass die zu scheiße kommen, Vimax, zack, war ich so. Also, im Prinzip braucht mich auch keiner irgendwie rausvoten oder so. Ich bin nie Imposter, also von daher. Wow, Nicke. War es gestern nicht, heute noch nicht. Ich war jetzt davor. Du musst mal bei Ingrid mal eine Anzeige starten, bei Ingrid.com. Let's go. Ich mach mal ein neuer Map auf. Ja, okay. Das Schlimme ist ja, ähm...